Herzlich Willkommen zurück zu Senf. Mit Käse. Ja, zu Senf und Käse in Zip 5 hier. Ich hatte schon fast Schlacht um Mittelerde gesagt. Richtig. Schlacht um Mittelerde hier. Sag mal, wo hier Ressourcen-Spomb ist auch? Sowas von random, oder? Ja. Das ist ein einziges Stück Land, irgendwo am Arsch der Welt im Wasser, wo Pelz drauf ist. Wirklich nur Pelz, mitten im Wasser. Die können sich warm anziehen. Oh, ich habe im Naturbund entdeckt, den Felsen von Gibraltar. Weißt du, wie er es war? Auch schon? Du hast schon Hubble-Teleskop, oder was? Nee, ich bin da gerade mit dem Schiff. Du wolltest gerade sagen, hier. Ich habe schon das Hubble-Teleskop. Wenn du dich stellst, dann werden schon längst Atombomben geflogen. Oh, 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 oh. Geobrotz dich da gerade beim Panzerschiff durch die Gegend. Ja, halt ihn auf. Wie, mit meiner Fregatte, oder was? Nee, mit allem, was du hast. Speer, Krieger, alle rauf. Dein Bautruz. Nee, ich muss dir meine Geheimhafte noch da hinten geheim halten. Ah, ja. Ja, wenn Geheimhafte nur wüsste, was vor My America steht. Nichts. Natürlich. Das Iroquese-Sinn-Land als Verbündeten abgelöst habt. Ja, easy. Das Wunder wurde jetzt gebaut. Proudway. Geht's auf Kulturstieg, oder was? Wollte nicht. Schauen. Schauen, auf was ich da gehe. Hehehe. Da greifst du mich dann mit deinen großen Musikern an. Hier, friss Musik. Oh, das ist eine kleine Karavelle von den, was weiß ich. Genau, wahrscheinlich. Katholiken. Du meinst von den Spaniern, oder was? Nein, von den, ist das Spaniern? Karma. Isabella. Nee, von Katago. Katago. Achso. Katholiken. Ja. Vorwärts, Katholiken. Ingeriff. Julia, wie viel Gold machst du pro Runde? 76. Finde ich gut. Ich mach 150. Wie viel Forschung machst du? Äh, 215. Ich mach aktuell noch 566. Ich mach über 1000 jetzt. Ja, Ruhe, Geo. Wie viel Ding sie machst du? Äh, Kultur, oder? Ja, genau. Meinst du mich, oder? Ja, dich. 158. Okay, das geht. Ja, wobei, ich bin halt auch mit keinem kulturellen Stadtstaat mehr verbündet. Mit einem ist sogar hier Brasilien verbündet. Ja, ich hab grad Julian abgelöst. Die Verräter. Ich krieg ja die ganze Zeit Hacker Pelitten von Sidon. Spanien hat Dänemark öffentlich dennoziert. Wie, jetzt verbündet er? Da wird er so nachgepayt. Da wird er so nachgepayt. Oh, wow. Jetzt hab ich 3333 Gold über. Jetzt kauf ich dich einfach. Dann versuch's doch. Kauf mich doch. Da auch erst mal ein Schrein, ne? Bruder, deine Künstler hast du immer in ein goldenes Zeitalter investiert, oder? Nein, nicht alle. Hast du mal Kunstwerke erschaffen? Ich hab auch einige Kunstwerke erschaffen. Mist, jetzt hab ich hier... Ihr habt Kunstwerke? Also ich hatte bis jetzt zwei große... Ich hab... Nee, nee. Ich hab keine Kohle. Kann mir jemand Kohle geben? Ich hätte noch, aber ich weiß nicht, ob ich hier geben soll. Ist doch ein eventueller Kriegspartner. Oder Kriegsgegner. Nee, ich doch nicht. Nee, gar nicht. Null. Hat er nur vorhin gesagt. Achso, hier kann ich noch upgradeen, hier. So Artillerie. Nehmen mal an den Aal da. Annehmen. An allen. Bewegt. So, darauf erst mal offene Grenzen anfragen und dann eine Straße zu dir bauen. Aha. Willst du eine Straße... Ich will eine Straße zu dir bauen und eine Straße zu dir. Warum? Sind die Handelswege schneller. Quatsch. Wie, Quatsch? Natürlich. Ja, da muss man erst mal offene Grenzen annehmen. Das macht halt nicht jeder. Du kannst auch gerne Gold dafür haben. Ich hab genug. Warte. Einen Moment. Muss ich ja immer... Ah. Ich könnte es dir nicht angucken. Du hast es einfach abgelehnt, oder was? Ja, ich hab's angenommen. Hier. Moin. Okay. Du weißt schon, dass jetzt nur bei dir offene Grenzen ist für mich. Echt? Und ich dir dafür... Nein. Ich geb dir dafür zwei Eisen, dass ich bei dir offene Grenzen habe. Ja, nimm's an, nimm's an. Ja, er hat's schon angenommen. Herrlich. Oh, zum Steg kommen auf einmal 76 Kultur her. Wo haben wir hin? Mehr Gold. Äh, nimm halt noch mehr Gold. Jetzt kriegt er 35 pro Runde. Alter, 110 pro Runde. Jawohl. Ich hab halt immer noch 120. Pro Runde. Uff. Es gibt tatsächlich noch eine Insel. Nee, never mind. Ich bin einfach nur grad in eine Bucht reingefahren. Ja, meine Hauptschule ist sogar immer noch die größte. Für die Großheitsgeos. Ja, du bist auch die ganze Zeit am machen. Und tun. Das ist halt für ein besseres Wachstumsgelände. Ja, nicht so viel besser. Eine haben plötzlich halt, hauptsächlich auch viele Hügel und so. Ich könnte mir 26 Gold von Madrid knabbern. Ja, moin. Nee, Tairos. 23. Scheiß auf die drei Gold. So, jetzt mach ich 140 pro Runde. Ich denke, Julian mir gar kein Gold abnehmen würde. Kannst du mir, ich könnte auch gerne noch mal ein Ding machen, wo ich 140... Nee, 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 nee. Nee? Nee. Komisch. Wie viel nimmst du denn ein, sag mal? Insgesamt, äh, 250. Oh, Leute, ich nehme immer noch 289 eingesackt. Ah, na gut, jetzt auch durchsichtig sind. Na, ich habe jetzt aber auch Ausgaben von 111. Eieiei. Oh, ich habe fast 200 Ausgaben. Ja, was ist denn da drauf? Achso, es ist eine Stadt. Also, Stadtruinen ist eine Geländefeldmodernisierung? Pff, schlecht damit. Straße bleibt ja. Wie? Nee, nichts verbündet. Hast du gelitten? Meins, ne? Hey, jetzt mache ich 90 Kultur. Ich mache 100 Kultur mehr. Ich mache 200 Kultur. Ich mache 195. Ich kenne mir gerade die ganze Kultursachen von Julian. Mit dem war ich halt bis eben gerade kurz gar nicht verbündet. Ja, habe ich gerade mitbekommen. Du hast mich wieder verbündet, dann habe ich sie direkt weggekauft. Toll. Toll, ja. Geos Hauptstadt war einfach 81 Verteidigung. Da musst du 20 mal rein, Junge. Meine Hauptstadt hat 75 Verteidigung. Passt du, das ist deine Zweitstadt. Sorry, deine Zweitstadt hat 81. Da habe ich halt auch schon die Stadt mehr in die Burg reingebaut. Ey, ich kriege Öl von Florenz. Und ich habe hier ein Flugzeug, was befördert werden kann. Ey, wo habe ich denn Gold? Wo kriege ich denn Gold her? Oh, ich habe 24 Zufriedenheit. Ich bin doch in der Bucht reingefahren. Kacke. Was wollt ihr denn hier? Wenn ich das jetzt abholze. Mehr Nahrung, Abfahrt. Sag mal, Geo, kannst du mal bitte ein Stück weggehen? Ich hätte gerne eine Kohle da unten. Ich hätte gerne die Kohle da unten, gehen wir ein Stück weg. Welche Kohle? Die, weil sie hier bei deiner Zweitstadt ist. Ja, die gehört mir. Die Stadt oder die Kohle? Die Kohle und die Stadt. Und da ist jetzt auch ein Weltkriegsbomber drin, falls du es siehst. In der Stadt? Ja. Oh, Alter, Weltkriegsbomber. Julian, könnten wir mal kurz Geo überrennen? Ja, mach das doch. Du hast doch 3K, da kannst du mal ein paar Einheiten kaufen. Ich piek's dich ab. Sag mal, kannst du die Reiter nicht mehr upgraden? Kannst du die Reiter nicht mehr upgraden? Das sind, ähm, Hacker, Pelitten. Das sind die Lossiers, also Ersatz für Lossiers. Das sind quasi Speerträger. Sorry, ja. Die graden sich in die Panzerabwehrkanone ab. Ah, lol, warum hab ich 6 Stimmen und warum hat Geo 6 Stimmen? Ah, für die Stadtstaaten. Nevermind. Ja, dann, keine Ahnung, auf Weltideologieordnung hab ich keinen Bock. Gelehrte vor Ort. Geh, 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 Geh. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist die beste Ideologie, die man haben kann. Die EU nicht widersprechen, ja? Freiheit ist besser. Quatsch. Also ich habe immer noch kein Schreien gebaut, ne? Du bist auch hängen geblieben. Ja, natürlich. 3K, aber halt absolut nichts. 21, Alter. Ja, warte, ich kann mal kurz ein bisschen kaufen. Kannst du ein Gebäude kaufen, sein Urus-Onkel? Da. Was zieht ihr so lange? Ja, ich habe gerade ein paar Gebäude gekauft. Sagt Geo, alles klar. Oh, wieviel Forschung machst du so? Meinst du mich oder Assassin? Assassin. Achso. 213. Wow. 213? Mhm. Uff. Immer 600. Horror Euro. Der Geo, wieso hast du denn gegen das eine nicht gegengestellt? Hm, weil ich... mir lieber ist, dass das Andere... Hä, es war doch klar, dass der... Ich weiß halt, wenn die... Wenn der Rest halt anders stimmt... Wenn das durchgegangen wäre... Oh, jetzt kann ich sogar einen Vorschlag machen, okay... Wer kann einen Vorschlag machen? Achso... Äh, ja gut, dann hätten wir das schonmal... Dann, äh... Das ist nicht richtig... Äh... Äh... Weltideologie Freiheit... Nee... Ja, beste Ideologie... Ja, Ordnung... Ja, ich hab ne... Ich hab ne Stadt von... Du gefunden... Ja, moin... Ähm... Moine nochmal, check... Wann was zieht denn so lange? Ne, ich hab auf... Hab schon auf Fertig geklickt... Schleichsessen... Ja, die Truppen wollen manchmal nicht... Muss ich fünfmal setzen... Perfekt... Ja, ich hab grad mal die ganzen Vorschläge durchgeguckt, was ich da vorschlagen kann... Deswegen... Singapur ist auch mit mir verbündet... Schnell, den Weltkongress... Gott wundert... Ist er Budapest begegnet? Ja, ich hab. Ja, ich hab. Ja, ich hab. Ja, ich hab. Vielen Dank. Vielen Dank. Und Tribok. Ich wollte ja den Streitwagenbogen schützen. Der wäre noch aus Antike. Ah, es ist 23 Zufriedenheit. Ach nee, es wurde ja ein Weg geplündert. Wo ist denn Sydney? Sydney ist da hinten. Das heißt, da sind irgendwo Barbaren. Ach du Scheiße. Die kümmert sich aber auch überhaupt nicht um Barbaren. Hast du bei ihm eine Stadt oder was? Nee, da ist ein Stadtstaat, mit dem ich 23 Gold gehandelt habe. Ach so. Und der wurde geplündert. Also der Weg. Ach ja, ich habe Geo schon wieder eine Ringstechnologie abgezapft. Wann kann man diese Spionale als Diplomaten einsetzen? Hm? Was? Also wie kann man die als Diplomaten einsetzen? Manchmal geht das, manchmal geht es nicht, oder? Ähm, in die Hauptstadt kannst du sie als Diplomat setzen. Ich mache mal kurz einen neuen Frachter. Na, und wer soll Gastgeber werden, eurer Meinung nach? Ah ja, warte mal, ich muss hier nochmal ganz kurz. Ja, ich muss hier nochmal ganz kurz. Noch ein Schlachtschiff. Der wird schmeckt. Hä? Wir müssen ein... Ah nee, never mind. Ich dachte schon, bei mir wäre einer nicht gescammt worden. Na, ich muss hier mal ganz kurz. Ah ja, ich muss hier mal ganz kurz. Hm? Ah ja, ich muss hier mal ganz kurz. Jetzt hat Jeremy doch für sich selbst gestimmt, oder was? Ja, natürlich! Ich hab acht Stimmen, ich glaub nicht, dass einer mehr hat. Ich hab ja keine Ahnung, für was ich da voten soll. Ja, dann mach Stehnis her, oder so. Ja, darum haben die anderen aber keinen Bock. Egal, drücken wir durch. Hatte ich mir den Eiffelturm schon gebaut? Hab ich schon lange gebaut. Boah, schade. Ich glaub, wie dafür bist du so 10, 20 Uhr zu spät. Ja, ich hab grad mal 21 Zufriedenheit. Das dann natürlich belassen, ich hab 36. Ich war im goldenen Zeitalter. Naja, ich hatte bis jetzt nur 2. 2 goldene Zeitalter hattest du. Ja, 2 mal Karneval. Das wäre quasi durchgängig, Alter, da fuck. Ich hatte locker 10 mal. So, aber nicht wegen der ganzen Zufriedenheit. Ich iss schon. Wie bekommt man ein goldenes Zeitalter? Zu viel, also überschüssige Zufriedenheit. Ich bekomme dadurch noch Kultur, weil ich auf Szete gegangen bin. Das muss man nicht umgehen. Das muss man nicht umgehen. Das muss man nicht umgehen. Wo ist meine Musik schon wieder hin? Weg. Er wird vom Hund gefressen. Ja. Hat keiner mitbekommen. Wie viel Kultur macht der gerade pro Runde? 89. 244. Ja, ich war 237. Wie Forschung macht der? Ich bin mittlerweile bei 220. Wow. Forschung habe ich gleich 700. Da füllen wir über 1000. Ja, das wissen wir. Bin ich mit der Forschung ja schon wieder bei Julian angekommen, halbwegs? Nee, Herr Schatz. Nee. Ich bin ja immer noch Dritter. Das ist komisch, ne? Weil... Sie hat scheinbar nicht so gute Forschung. Kann es sein, dass bei Zustimmung jeder 100% hat? Mhm. Doch. Wenn du zufrieden bist, nicht. Ja, nee, aber ich meine jetzt in diesem Match, ich meine, der letzte Platz hat auch 100% mittlerweile. Ich glaube, zwischendurch, wenn du nur unzufrieden würdest, dann vielleicht halt... Oh, ich bin mit den Soldaten nicht letzter Platz, eh. Wundert mich. Aber im Durchschnitt bin ich Dritter. Also eigentlich hinter euch beiden. Da ist Dül sogar schlechter. Wer denn? Nee, kann ich jetzt wieder nichts machen? Hm. Hm. Pfff, scheiß auf Kabul. Ich probier mal was. Das habe ich auch lange nicht mehr gestartet. Ihr braucht immer so lange, echt schrecklich. Warum ich? Ich brauche nur so lange, wenn ich gerade irgendwas am gucken bin, was ich nicht oft jetzt mache. Zum Beispiel einen Teil auswählen in Weltkongress. Und jetzt können wir einen Teil auswählen. Julian, du, was weiß ich. Was ist los? Du hast mir gerade ein paar Stadtstarten geklaut. Hä, die sind schon ganz lange bei mir. Nein. Die Meldung kam gerade erst. Okay. Ich kann noch eine Börse bauen, mehr Geld. Die kam halt auch automatisch, ich hab da nichts bezahlt für. Die mögen mich einfach. Da unten ist Stu. Die da unten. Der schlägt links über uns. Ne, mit nem Schiff. Ach so. Hat er denn auch mal Schiffe gebaut? Caravella. Also bei den Geekapper hab ich in zwei Runden nächsten Tech von der Geo. Wahrscheinlich nicht, aber... Ich hoffe es einfach mal. Ich hab sogar Öl schon, lol. Hm. Ich hab auch Öl. Hast du aber Aluminium? Von dem Stadtstaat. Muff. 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 Ja, aber eigentlich nur den Einflusskuss wieder steigen, weil ich sonst von, ne, ganz maximal auf Unterfreund gegangen wäre. Aha, wahrscheinlich. Oh, bei mir ist das Spiel abgestürzt. Oh, das ist aber schade. Oh, das ist aber schade.